Also ich bin mal als ganz normaler Junge auf die Welt gekommen aus der Stadt, hatte aber schon immer das große Interesse an der Landwirtschaft und wusste, dass ich nie was anderes machen wollte. Schon im Kindergartenbuch konnte man das nachlesen. Meine Eltern konnten das auch nie verstehen. Aber mittlerweile sind sie doch ganz glücklich und froh, auch wenn sie hier mal Urlaub machen können, weil wir ja hier arbeiten, wo andere Urlaub machen.